Hallo Menschen, ich möchte heute Prinzessin in Somnia und der Albtraumfarbene Nachtmahr von Walter Möhrs rezensieren. Um das Ganze gleich mal so ein bisschen einzuordnen, es ist meiner Meinung nach nicht ganz so gut wie die Stadt der Träunenbücher, was ja auch nicht sein muss und zugegeben in meiner Einschätzung sehr, sehr schwierig gewesen wäre. Es ist aber auch nicht so schlecht wie das Labyrinth der Träunenbücher, was ich persönlich einfach nicht sehr mochte. In dieser Geschichte folgen wir Prinzessin Dülia, die, wie es der Titel des Buches schon andeutet, eben an Schlaflosigkeit leidet. Und die ersten 70 Seiten des Buches ungefähr, erfahren wir einfach erstmal, was diese Krankheit für sie bedeutet, wie sie so ihr Leben verbringt, wie sie dann des Nachts durch die Gänge wandelt, weil eben alle anderen schlafen, womit sie sich beschäftigt, was sie sich ausdenkt und zusammenspinnt so ein bisschen. Also sie hat wirklich eine blühende Fantasie und beschäftigt sich jetzt eben auch nicht unbedingt so mit ganz profanen Dingen, sondern zum Beispiel mit Regenbogenerfindungen oder dergleichen. Und eines Nachts wird sie dann eben von einem albtraumfarbenen Nachtmar besucht, dessen Aufgabe es ist, sie in den Wahnsinn zu treiben. Das sagt er auch von Anfang an ganz, ganz offen. Und er nimmt sie aber vorher oder vielleicht auch dafür eben mit auf eine Reise in ihr eigenes Ich. Und dieses Buch, das könnt ihr euch vielleicht schon denken bei Walter Möhrs, strotzt wirklich vor schönen, interessanten Ideen, die wunderbar von Lydia Rohde illustriert wurden. Hier merkt ihr übrigens vielleicht auch schon Lydia, Dülia. Genau, auf jeden Fall, es ist einfach so, so eine schöne Gestaltung. Und ich bin ja grundsätzlich auch eher der Meinung, dass es bei einem Buch mehr um den Inhalt, um die Geschichte gehen sollte. Aber es ist trotzdem einfach so schön, wenn sich jemand mal noch Mühe gibt und vor allem auch, wenn der Verlag das mitmacht und die zwei Künstler eben einfach machen lässt. Also bei Walter Möhrs bin ich ja sowieso der Meinung, dass auch Taschenbücher selbst schon einfach sehr, sehr fein gemacht sind. Aber die Hardcover-Ausgaben sind absolute Schönheiten. Und ich finde, wenn sich da jemand halt so bemüht, das so liebevoll zu gestalten, dann muss man das auch mal erwähnen. Dann ist es auch nicht wirklich oberflächlich, sondern es gehört ja hier auch zur Geschichte. Es sind nämlich auch nicht nur die Zeichnungen quasi irgendwie so am Rande, sondern manchmal sind ganze Seiten so gestaltet. Und es gibt auch im Fließtext farbig gestaltete Wörter und dergleichen. Das klingt mir sehr, sehr, sehr gut und das muss man einfach hervorheben. So, und jetzt kommt mein Aber. Aber ich hatte mir während des Lesens immer wieder gesagt, dass man an dieses Buch vermutlich nicht herangehen sollte, so wie an jeden normalen Fantasy-Roman, sondern dass hier einfach eher Märchenlogik herrscht. Es steht ja auch vorne drin, es ist wieder ein Märchen aus Zermonien. Und trotzdem überkam mich während des Lesens immer wieder so ein bisschen die Kritik, dass meiner Meinung nach hier zu viele Klischees vielleicht und auch Wiederholungen herrschen. Und ich verstehe schon, natürlich arbeiten Märchen genau da mit. In Märchen kommen ständig Stereotype vor oder irgendwie muss jemand vielleicht drei Aufgaben lösen oder sieben Dinge sammeln oder sowas. Das sind ständig Wiederholungen. Und mich störte es aber halt irgendwie so ein bisschen, dass die Geschichte dafür für mich vorhersagbar wurde. Natürlich nicht in diesen vielen tausend kleinen Ideen, die Walter Mörs da einarbeitet, aber so im Großen und Ganzen. Also man wusste dann oft schon, was passieren wird. Um euch ein Beispiel zu nennen, Prinzessin Dülia hat so eine Liste mit sogenannten Pfauenwörtern, das sind so ein bisschen besondere, die eben aus dem Alltag herausfallen und sie versucht es immer so an einem Tag irgendwie zu finden, die irgendwie in ein Gespräch einzubauen oder dergleichen. Und nachdem der Nachbar eben mal zwei davon genannt hat, war mir hundertprozentig klar, dass er auch die anderen noch nennen wird. Das ist dann halt einfach, das verliert dann so ein bisschen den Überraschungseffekt und es ist, ja, Geschmackssache. Ich hätte es eher gemocht, wenn es etwas unvorhersagbarer geblieben wäre. Was mir auch nicht so gut gefiel, ist der Fakt, dass ein Großteil des Buches aus Dialogen zwischen den zwei Protagonisten besteht. Das an sich ist noch nicht schlimm, aber auch die laufen fast immer gleich ab. Es ist eigentlich immer so, dass der Nachtmar etwas erklärt und dann unterbricht Dülia ihn und fragt auch etwas dümmlich nach, muss man mal zugeben. Und dann antwortet der Nachtmar so etwas wie, naja, jetzt lass mich doch erst mal ausreden und rede dann eben weiter. Oder, was auch ganz oft vorkommt, er sagt zu sie, also das willst du nun wirklich nicht wissen. Und dann keifen sie sich halt immer so ein bisschen an und das wiederholt und wiederholt sich. Und so nach dem fünften Mal war mir auch das etwas zu viel, weil man genau wusste, wenn der Nachtmar halt so einen Absatz hat, in dem er was erklärt, jetzt kommt wieder Dülia und fragt irgendwas Blödes und er wird es wieder erklären. Oder wird ihr sagen, naja, dafür, dass du eigentlich so intelligent bist, fragst du aber ganz schön viele dumme Sachen. Und da kommen wir auch ein bisschen zu meiner nächsten Kritik. Dülia wird uns am Anfang eigentlich als sehr belesen und recht klug beschrieben und es gab mehrmals im Buch Momente, in denen auch der Erzähler direkt sagt, ja, Dülia konnte sich jetzt auch nicht erklären, warum sie das erst so spät verstanden hatte. Und ich als Leser denke mir so, ja, ich kann mir das auch nicht erklären. Und nur weil du jetzt hinschreibst, dass es irgendwie verwunderlich und seltsam ist, dass sie etwas nicht eher begriffen hat, ändert das ja nichts daran, dass es immer noch sehr, sehr seltsam und vielleicht auch ein bisschen unlogisch ist. Also da habe ich so das Motto gehabt, naja, Selbsterkenntnis schützt vor Schaden, nicht? Also nur weil man sagt, oh, das war jetzt aber ein bisschen sehr, mir fällt gerade das deutsche Wort, convenient für den Plot, ändert das halt nichts daran, dass es sehr, 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 sehr convenient für den Plot war. Ich möchte außerdem noch eine Kleinigkeit erwähnen, die das Buch definitiv nicht schlecht gemacht hat für mich, aber das ist einfach so eine Phrase, die kann ich auf den Tote nicht ausstehen. Ich glaube, da hat auch jeder Leser so eine eigene Sache, die er nicht mehr lesen möchte. Bei mir ist es, wenn jemand wirklich verblüfft ist und dann steht da im Text, sie rieb sich vor Überraschung die Augen. Das macht niemand. Wirklich, das stört mich so sehr. Das kam gleich zweimal in diesem Textbuch. Aber wie gesagt, also das hat jetzt meine Kritik irgendwie für dieses Buch nicht beeinflusst. Ich wollte nur mal erwähnen, dass ich das wirklich, wirklich nicht ausstehen kann, wenn das im Text steht. Und ein letztes, was ich noch erwähnen möchte, das ist so eine Art zweischneidiges Schwert. Ich sagte ja schon, dieses Buch strotzt vor tollen, schönen Ideen. Es gab wirklich mehrere Momente, da musste ich innehalten und dachte mir, toll, also toll, wie ist er denn jetzt nur da drauf gekommen? Und als ein Beispiel von den 100.000 möchte ich mal eine Sache für den Ausdruck vorlesen, wie er etwas formuliert, wie er uns etwas beschreibt. Und da steht hier, sich in Amygdala zu Fuß zu bewegen, war wie auf einem Gewitter spazieren zu gehen. Das finde ich so ein tolles Bild. Und das ist wirklich nur so eine Kleinigkeit. Ich habe es euch ja vielleicht so ein bisschen mit den Illustrationen gezeigt. Da sind so, so, so schöne Ideen dabei. Aber, und auch hier kann ich natürlich komplett falsch liegen, vielleicht arbeitet Walter Mürs ganz, ganz anders. Mir kam es aber manchmal so vor, als hätte er eben mehrere tolle Ideen gehabt und hat dann irgendwie so auf Teufel komm raus versucht, die in eine Geschichte einzubinden oder irgendwie zu verbinden. Also, mehrmals kam es mir eben wie eine Aneinanderreihung toller Ideen vor und ja, irgendwie müssten halt die Protagonisten von Idee zu Idee kommen, aber eigentlich hangelt es sich immer so an diesen tollen Momenten entlang, ja, ohne dass es jetzt so das große Ganze im Blick hat, sondern es sind immer so, so einzelne schöne Dinge als Aneinanderreihung. So. Soll diese Kritik jetzt also bedeuten, dass dieses Buch schlecht sei? Nein. Nein, 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 nein. Ich habe es keine Sekunde lang bereut, mir dieses Hardcover für 25 Euro gekauft oder eben dann auch gelesen zu haben. Ich wollte euch einfach nur darauf vorbereiten, worauf ihr euch einstellen müsst. Also, dieses Buch lebt definitiv eher so von einzelnen, interessanten Situationen und den dazugehörigen Illustrationen und das muss einfach jeder selber wissen, was man mag, was man bevorzugt. Also, trotz der genannten Kritikpunkte, die definitiv da sind und ich will es nicht in den Himmel loben, hat es mir gefallen und ich habe das Gefühl, das ist auch so ein bisschen, der Kanon, den ich bis jetzt mitgekriegt habe. Die meisten Leute freuen sich, glaube ich, überhaupt endlich mal wieder was von Walter Mörs gehabt zu haben und ich persönlich bin auch ganz froh, dass es eben nicht so mit der Stadt der Träumenden Bücherreihe weiterging, weil ich ihm das Labyrinth noch nicht so ganz zu verziehen habe und da einfach mal wieder ein Märchen aus Zermonien zu lesen, wobei im Nachwart eben auch erklärt wird, warum sich das Ganze jetzt so ein bisschen verschoben hat mit seinen Projekten und warum er diese Geschichte zurück zum Satzanfang hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also, dass wir uns quasi ein anderes Märchen aus Zermonien jetzt genommen haben und nicht mit dieser Trilogie erstmal weitergemacht haben. Also, im Großen und Ganzen hat es mir gefallen, wenn es auch definitiv kein Lieblingsbuch ist, aber es ist ein absoluter Augenschmaus, es hat Spaß gemacht, es zu lesen, es lässt sich etwas mehr Zeit als die anderen. Ich finde, es ist auch vergleichsweise etwas, na ruhiger ist das falsche Wort, Creepy Creatures Reviews fand in seiner Rezension das Wort melancholischer im Vergleich zu anderen Mörsbüchern, das stimmt, gefiel mir gut, wen eben auch kein perfektes Buch. Lasst mich gerne wissen, wie es euch nun gefallen hat, nachdem ihr so viele Jahre auf ein neues Mörsbuch warten musstet oder ob ihr so gar kein Interesse an ihm habt, gibt es ja auch, aber ich habe es definitiv mitgegeben, dass Leute sich überhaupt erst mal freuen, wieder etwas von ihm in den Händen zu halten und dann danke ich euch heute fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.